In diesem Video geht es um die besten Küchenmaschinen. Der Qualitätssieger in unserem Küchenmaschine-Test geht an die Arendo Küchenmaschine. Für das Kneten von Teig steht Ihnen mit der Arendo Küchenmaschine ein kräftiger Helfer zur Seite. Mit Ihren 5 Leistungsstufen sorgt die Maschine bei jedem Teig für ein perfektes Ergebnis. Und während das 1200 Watt starke Rührwerk die Teigmasse knetet, können Sie bereits an anderer Stelle weitere Zutaten zubereiten. Das planetarische Rührsystem dreht sich um die eigene Achse und gleichzeitig entlang des Schüsselrandes. Die Teigmasse wird somit ständig in die Mitte geschoben und gut durchgemischt. Das Zubehör, der Schneebesen, der Knethaken und der Flachrührer sind bereits im Lieferumfang enthalten. Der Flachrührer ist ideal bei flüssigen Massen wie Kuchenteig, Brührei und Cremes. Schwere Teige, etwa zum Brotwacken, bearbeitet der Knethaken, und der Schneebesen ist erste Wahl für luftige Massen. Klassischerweise wird damit Schlagsahne und Eischnee geschlagen. Ob für Eischnee, Rührteig, Mürbeteig, Hefeteig oder Brot jeder Vorgang erfordert seine eigene Geschwindigkeit und Intensität. Darum bietet die Rührmaschine 5 Leistungsstufen, die jedem Verarbeitungsvorgang gerecht werden. Große Edelstahl-Rührschüssel mit 5 Litern Fassungsvermögen, kann im Sockel eingerastet werden. Schwenkarm einfach per Knopfdruck entriegelbar. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die ICOG Küchenmaschine. Das hocheffektive Planetenrührwerk mit dem extra Gehärteten, die das Mischen schnell und gründlich macht. Doppelknethaken garantiert Ihnen 100% Zufriedenheit. Die Saugfüße sorgen für einen sicheren und festen Stand, auch bei höchster Nutzungsstufe. In diesen Situation spezielle Boden- und Seitenwärmeableitung. Die Maschine hat auch einen Überlaster und überhitzter Schutz, somit hört die Maschine automatisch auf zu arbeiten, wenn das eintreten sollte. Multifunktionale Küchenmaschine mit 5 Litern Edelstahlschüssel und bequemem Griff bietet genug Kapazität, um Teig für 9 Dutzend Kekse oder 4 Brote auf einmal gut zu mischen. Küchenmaschine mit transparentem, abnehmbarem Spritzdeckel und drei Zubehörteilen Haken, Rührzeug, Schneebesen. Das Kippkopf-Design ermöglicht einen ungehinderten Zugang zur Schüssel und zum angebrachten Schneebesen oder anderen Zubehörteil, sodass Sie leicht Zutaten des Rezepts hinzufügen können. Leise und sparend, derer Ton liegt unter 80 Dezibel. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Küchenmaschine-Test ist die Top Strong Küchenmaschine. 11 in einer Funktion, perfekt zum Hacken, Mischen, Fein oder Ausgiebig Schneiden, Entsaften, Schleifen, Reiben, Verquirlen. Mit der Knetmaschine können Sie Teig machen. Es kann als Gemüseschneider, Mixer, Zerhacker, Multimixer, Fleischwolf, Kaffeemühle, Entsafter und Babynahrungsmaschine verwendet werden, Ihre großartige Küchenhand. Nicht nur mit 1100 Watt leistungsstarkem Motor ausgestattet, sondern auch mit drei Geschwindigkeitsstufen mit Impulsfunktion. Die Verarbeitung einer Vielzahl von Lebensmittelmaterialien dauert nur wenige Sekunden und beschleunigt die Garzeit. Lebensmittelverarbeitungsmaschine mit großer Kapazität. BPA-freie 3,2 Liter große Rührschüssel mit bis zu 2 Litern Arbeitsvolumen und 1,5 Litern Mixbecher. Die große Kapazität ermöglicht Ihnen die problemlose Verarbeitung unterschiedlichster Zutaten. Hochleistungskonstruktion mit Sicherheitsverschlussdeckel und rutschfesten Füßen für sicheren Betrieb. Abnehmbare Schüssel, Mixerblatt und spülmaschinenfeste Teile für eine leichte Reinigung. Falls Dir das Video gefallen hat, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen. Mehr Informationen auf www.lustch.de verarbeitung. Bis zum nächsten Mal.